Musik Herzlich Willkommen zu Teil 7 dieser Java Serie. Im heutigen Teil soll es darum gehen, wie wir denn eigentlich eine Schleife, also eine Wiederholungsstruktur in Java einsetzen können. Dazu habe ich wieder mal die Klasse hier geöffnet, bzw. nehme gerade auf, nachdem ich dieses Bananentutorial hier mit den Switchcase-Anweisungen, ihr seht es schon noch hier, gemacht habe, nehme ich das hier noch auf. Und ja, wir fangen natürlich wieder von vorne an mit dieser gleichen Klasse, die wir ja am Anfang gemacht haben, weil es ändert sich ja wie gesagt immer noch nichts, weil alles gleich bleibt, weil man so eh immer anfängt. So, und was sind Kontrollstrukturen? Das sind Schleifen, also so nennt man das, die immer wieder etwas durchführen, damit man das nicht immer wieder hinschreiben muss. Das heißt, ich muss jetzt nicht hinschreiben, er soll die Variable xy, die auf 200 steht, dann muss ich da nicht 200 mal hinschreiben, erhöhe um 1 oder so irgendwas, sondern lass das dann meistens mit einer Schleife machen. Was sind jetzt also genau Schleifen, welche verwenden wir so und was gibt es da alles so und das machen wir jetzt alles. Und als erstes machen wir dadurch die While-Schleife, also die While-Schleife, nicht While, While. Und damit wird eine Schleife eingeleitet, in dem Fall. Ich erkläre noch gleich, was da schon mal der erste Unterschied ist. While und so, das war eigentlich schon die Schleife. Und jetzt macht das hier noch rot, weil wir noch keine Bedingungen angegeben haben. Und jetzt meine Integer-Schleife, Schleifen-Durchlauf-Gleich-1, so. So, ich rede nicht viel, sondern schreibe das erstmal alles hin und erkläre das dann danach. Ich möchte euch aber auch nicht vorenthalten, wie ich das hinschreibe, weil sonst könnte ich ja das Ganze auch schon mal vorhinschreiben. Es sei denn, euch nervt das so extrem, dass ich immer noch schreibe und ihr das dann euch reinziehen müsst, während ich einfach nur schreibe. Wenn euch das nerven sollte, dann kann ich auch gerne das schon vorher hinschreiben. Dann schreibt das in die Kommentare und ich werde in den nächsten Teilen dann das alles schon mal hinschreiben und euch dann nur noch Sachen erklären. Naja, soviel dazu. Und nun ja, was ist das jetzt alles? Wir haben wieder einen Integer-Wert, den solltet ihr mittlerweile kennen, auch wenn er immer mal anders heißt, aber so in etwa ist das ja auch immer derselbe. Und den definieren wir jetzt als 1, also mit der Zahl 1, mit der Ganzzahl. Und hier schleiten wir schon die while-Schleife ein, in der Klammer, wer hätte das gedacht, eine Bedingung und in der geschweiften Klammer dann das, was er in dieser Zeit machen soll. Die Bedingung in unserem Fall ist jetzt Schleifendurchlauf und sobald, also solange Schleifendurchlauf kleiner gleich, also kleiner als 100 oder 100 ist, soll er Schleifendurchlauf++ machen und System Outprintln, Schleifendurchlauf habe ich vergessen, Schleifendurchlauf, so. Gut, was heißt das jetzt alles hier? Erstmal zur while-Schleife, darum geht es ja tatsächlich hier. Und ja, die while-Schleife ist eine abweisende Schleife, das heißt also, sie wird als erstes prüfen, ob diese Bedingung zutrifft oder nicht und erst dann einmal durchlaufen. Es gibt auch noch Schleifen, also eine Schleife, eine weitere Schleife, die das nicht macht, das ist eine nicht abweisende Schleife, die führt das erstmal aus und prüft anschließend, nach dem ersten Durchlauf erst, ob die Bedingung noch zutrifft oder nicht, das heißt, sie macht das einmal auf jeden Fall. Gut, wieder zurück hierzu, was bedeutet das jetzt eigentlich? So, in der while-Schleife geht es einfach darum, etwas immer wieder zu wiederholen, solange der Rückgabewert einer Bedingung true ergibt, das heißt also, war es oder eben zutrifft. Momentan ist das so, solange es zutrifft, dass Schleifendurchlauf kleiner oder, also kleiner 100 oder gleich 100 ist, solange soll er das hier machen. Sobald es über 100 wird, also in dem Fall jetzt, sobald die Zahl 101 ist, sollte er damit aufhören und es gibt ja dann Falls und daher bricht er die Schleife dann ab, weil er ja beim Eintritt dieser Schleife merkt, okay, ich bin auf 101, das hier stimmt, also das passt nicht mehr zu unserer aktuellen Bedingung, also diese Bedingung passt nicht zu unserem aktuellen Stand, der Schleifendurchlauf-Variable und ich höre auf und dann geht es hier unten weiter mit dem restlichen Quellcode. Gut, ja, und hier drin steht dann das, was er machen soll und was macht er da eigentlich? Ich habe jetzt den Schleifendurchlauf reingeschrieben und zwar als Variable und zwar ein Plus Plus gemacht. Das ist jetzt die Faulheit, da kommt wieder die Faulheit von Programmieren durch und zwar heißt das nichts anderes wie Schleifendurchlauf um 1 erhöhen, also ein Increasement nennt man das, das ist der Increase Operator, das kann man auch mit Minus Minus machen, dann wird der eben Decreased, meine ich, also immer um 1 pro Durchlauf verkleinert. Man könnte das jetzt auch ewig lang schreiben hier, das wäre eigentlich eine relativ lange Zeile, macht man aber nicht, deswegen einfach Plus Plus und dadurch wird das auch einfach automatisch um 1 erhöht. Ja, da kommt wie gesagt die Faulheit durch. So, dann System Outprint LN kennt ihr ja schon und das wird einfach uns in der Konsole die aktuelle Schleifendurchlaufzahl ausgegeben. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass eine Waldschleife irgendwie sehr langsam ist oder so und deswegen wird das langsam hier ausgegeben werden bekommen, also wir dürften jetzt hier eine Zahlenreihe von 1 bis 100 bekommen und das geht jetzt nicht so 1, 2, 3 oder so irgendwas, sondern das ist einfach sofort da, weil die Schleife recht kurz ist und deswegen braucht Java dafür ja nicht lange, es kommt zwar auch noch auf dem PC an, also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus Holz euch eingebaut habt, ist jetzt sehr überspitzt, aber dann kann es etwas länger dauern, man weiß es hier nicht. Um zurückzukommen auf die Wildschleife, wir sind eigentlich schon fertig damit, wie gesagt, bei Eintritt oder vor Eintritt wird geprüft, stimmt das hier überhaupt noch, was hier drin steht, also ergibt es True und nur dann führt sie das aus, sobald es hier nicht mehr zutrifft, wird sie eben False und deswegen macht sie dann anschließend weiter. So, ich führe mal aus, ja okay, so, ihr habt gesehen, wir sind bis 101, ach gut, ja, wir kommen natürlich bis 101, klar, und 2, ja, das stimmt, ja, es hat sich alles um 1 verschoben, weil ich ja direkt mit 1 begonnen habe und ja, das stimmt schon und ja, jetzt habt ihr gesehen, es wurde uns direkt hier die Zahlen ausgegeben und jetzt sehen wir hier, wie oft die Schleife durchlauft, also durchlaufen wurde und zwar genau 100 Mal und ja, das sieht man jetzt anhand dieser Zahlen, das ist sehr schön und so kann man, wie gesagt, eben auch Zahlen ausgeben lassen, also sehr praktisch oder man kann dort eben irgendwelche Abläufe einfach mehrmals durchmachen, ohne dass man den immer wieder, ich könnte jetzt auch 100 Mal das hier hinschreiben, macht aber natürlich keinen Sinn. So, jetzt die Bedingung mal noch ist gleich 100 einfach, dann seht ihr mal, was dann passiert und zwar nichts. Und zwar ist das so, ist gleich 100 ist hier nicht, denn sie ist 1 und wenn sie ist gleich 100 ist, dann müsste hier 100 stehen und hier wird geprüft, ist sie 100 und nein, ist sie nicht, deswegen wird sie gar nicht ausgeführt. Das heißt, sie weist das ab und springt dann weiter und wenn ich jetzt hier noch Code hier hätte, dann würde der ausgeführt werden und das wäre einfach übersprungen worden. Deswegen abweisen sie Schleife, sie überprüft erst. Im nächsten Teil werden wir dann eine Schleife kennenlernen, die das einfach macht und erst, nachdem sie das erste Mal gemacht hat, dann überhaupt prüft, ob das hier überhaupt stimmt oder nicht. Hört sich zwar doof an, kann aber manchmal auch sinnvoll sein. Darüber sprechen wir dann im nächsten Teil. Gut, das wäre es dann mit diesem Teil. Ich habe das jetzt etwas detailgetreuer erzählt, aber noch nicht ganz tief ins Detail. Ihr kennt das ja, ich möchte das nicht zu überziehen, aber auch nicht zu lasch erklären. Ich hoffe, ich finde da immer ein ganz gutes Mittelmaß. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Tutorial. Ihr gebt einen Daumen nach oben oder auch gerne lasst ein Abonnement quasi da. Aber darüber freue ich mich immer sehr. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Teil, wie gesagt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.